Hallo, herzlich willkommen zum Teil 6 unserer Balkantour. Ich freue mich, dass ihr weiter mitfahren wollt. In diesem Teil fahren wir wieder durch Montenegro. Von Petsch kommend haben wir uns gleich hinter der Grenze in der Gegend von Ruzaj erstmal einen Platz für die Nacht. So, der Platz für heute Nacht ist gefunden. Wir sind vom Kosovo kommend kurz hinter der montenegrinischen Grenze abseits der Straße ins Gebirge gefahren. Hier bleiben wir heute Nacht. Hier müsst ihr mal ganz genau hinhören, was ihr hier wahrnehmen könnt. Hier ist Totenstille mitten im Wald. Absolut super. Weiter geht's nach Birane, das Tagestier für heute. Musik 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 Eine Sackgasse, da müssen wir ja mal fast auf der Stelle drehen. Musik 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 Manchmal will der Duo einfach nur spielen Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Da unten seht ihr Pirane, das Tagesziel für heute. Da wir nicht in der Stadt stehen wollten, lieber irgendwo ruhig auf dem Berg, haben wir uns mit ihm wieder eine super schmale Strecke ausgesucht, den Nachtplatz zu erreichen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben unseren Nachtplatz gefunden. Wir sind ungefähr zwei Kilometer westwärts von Pirane. Pirane könnt ihr hier hinten in dem Einschnitt sehen. Wir sind dann durch diesen Einschnitt hier hochgekommen. In der Luftlinie ungefähr zwei Kilometer, aber es war, denke ich, eine gute Stunde Fahrt, bis wir da über die kleinen Gassen hier hochgekommen sind. Da fängt man auf die Geräusche. Und für das Lenk. Und für das Lenk. Hast du das noch kurz abgelassen? Nein. Mal da. Nein, kein Filzgauer. Vielleicht muss Heidi und der Alme wegen kommen, oder? Nein, kein Filzgauer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, da hat sich der Plan für heute gerade wieder geändert Eigentlich wollten wir nur so 40, 50 Kilometer fahren So bis in die Gegend von Mojkovać Nun ist ein kleiner Umweg angesagt Bis Mojkovać sind es dann ca. 80 Kilometer Und bis zu unserem eigentlichen Nachtplatz Fahren wir noch ein Stück der Tara entlang Und haben dann am Ende des Tages doch wieder 120 Kilometer gemacht Musik We'll be right back. 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 Unser kleiner Umweg führte uns auch durch das größte Skigebiet von Montenegro in der Nähe von Colasin. Dieses Skigebiet wird gerade mit wahnsinnig Aufwand umgebaut und hergerichtet. Dort stehen 14 Pisten mit 6 Liften zur Verfügung. Das Gebiet erstreckt sich von ca. 1500 bis 2000 Meter Höhe. We'll be right back. 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 So, für heute reicht es. Hier bleiben wir jetzt für die Nacht still. Das war es schon wieder für heute. Ich hoffe es hat euch gefallen, dann empfehlt mich weiter. Wenn ihr weiter mitfahren wollt, vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu läuten. Im nächsten Teil geht es dann bis zur Bucht von Kotor.